Rodel-Weltmeisterschaften vom 25. bis 27. Januar 2019 in Winterberg Die Bundeskanzlerin hat unsere Einladung sehr gerne angenommen und freut sich darauf. Ihre Schirmherrschaft ist für uns eine große Ehre und bedeutet eine besondere Aufwertung der Weltmeisterschaften, erklärte Mitveranstalter Stefan Pieper. Ob Kanzlerin auch nach Winterberg kommen wird, steht noch nicht fest. Das hängt vom Terminkalender im Januar 2019 ab. Daher kann es auch noch keine Zusage geben, sagte Pieper. Angela Merkel war bereits 2015 bei der Bob & Skeleton-WM in Winterberg Schirmherrin. Damals konnte sie aufgrund anderer wichtiger Termine nicht ins Sauerland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017